hallo und herzlich willkommen zum nächsten teil von gothic 3 wir haben das glück spiel neu geladen schon ist der regen weg ist es zwar immer noch dunkel aber das kriegen wir wahrscheinlich gleich oben wenn wir irgendwo ein freies bett finden wir befinden uns immer noch in selden haben schon einige aufträge erledigt wir schauen mal ich muss gerade mal eben gucken habe ich meine details wieder hoch gedreht ja es sieht glaube ich danach aus alles klar kann ich jetzt im dunkel nicht so richtig erkennen ich hoffe ihr könnt etwas mehr sehen wir haben noch einige aufträge offen wir können ja gerade mal reingucken wir haben ja ein quest lockier drin wir sind in selden das ist hier ein waldbären paket für den fisch aus den ich mir gar nicht daran erinnern holz und waldbären an wen an die fischern sind da kommen recht so das müssen wir glaube ich nur noch abgeben eine helle bade von ihr mag müssen wir noch suchen das machen wir sowieso nicht für den assassin sklaven jagen machen wir nicht töte den stadt schaman grumpel so da haben wir gleich den nächsten punkt denn ich habe mir mal eine seite hier neben mir geöffnet wo wir die ganzen teleporter schneider der städte finden weil ich hätte gerne von jeder stadt mindestens ein und wir haben zwei möglichkeiten einmal ist bei grumpel im inventar einer wir können ja mal probieren ob wir es hinkriegen dass er den getötet bekommen ohne dass das ganze dorf gegen uns ist und steinkreis im nördlich von silben befindet sich auch einer wer es braucht da findet ihr ein ich suche gerade mal eben irgendwo ein bett das kann ja nicht so schwer sein da haben wir eine hütte da kommt gerade jemand raus hier bloß nicht einfach hier zu klauen klar sagt wer tut mir leid ich bin etwas nervös was macht ein kerl wie du in diesem drecksnest wer bist du überhaupt was weißt du über diese stadt silben liegt am pass zu nordmark als der krieg begann kamen die orks aus dem nordosten über die berge deshalb ist sie noch die erste stadt die überrannt und eingenommen wurde seit dem tag hat es hier keine größeren kämpfe mehr gegeben was ist deine aufgabe in diesem nest was soll ich schon groß machen ich hänge hier rum wie die anderen söldner und warte darauf dass etwas passiert du bist söldner der orks und hast nichts zu tun doch sicher entlaufende sklaven wieder einfangen ganz schöne schinderei in den dichten wäldern draußen jemanden wiederzufinden du bist nicht wild drauf die sklaven wieder einzufangen oder die armen schweine haben in den wäldern ohnehin keine große überlebenschance wird die sklavenjagd hier gut bezahlt viel zu gut wir sollten da schlagen uns regelrecht darum wir lassen sogar absichtlich sklaven laufen und später ihr kopfgeld kassieren ihr söldner lasst sklaven laufen das hast du nicht gehört klar wenn die orks das spitz kriegen sind wir dran wer regiert diese stadt im krieg war ein großer feld herr der orks grompel der stadt schamane ist seine rechte hand umbrack unternimmt nichts ohne ihn vorher um rat zu fragen du bist kein söldner du bist ein rebell verdammt ich hätte besser die schnauze halten sollen was wirst du nun machen ich will euch helfen endlich jemand der den mum hat etwas zu bewegen wann wollte rebellen losschlagen hier in sylden sind die orks in der minderheit trotzdem regiert umbrack immer noch mit eiserner hand er muss irgendetwas mächtiges in der hinterhand haben dass sie ihn alle so fürchten wir müssen erst wissen was das genau ist bevor wir die revolte starten alles klar ja mit dem wollen wir sowieso noch mal reden wer führt euch jungs eigentlich an mein bruder er hat sich mit einigen leuten in den wäldern verschanzt jemand muss ihm sagen dass wir hier unten seine hilfe brauchen also in ort müssen wir finden alles klar was ist mit den entlaufenden sklaven wenn sie noch nicht von tieren gefressen wurden verstecken sie sich irgendwo im norden jemand muss sie in unser auffanglager im wald vor dem pass bringen ein mann namens freman wird sich um sie kümmern wie sieht's aus mit waffen in der mühle am fluss habe ich eine menge davon gesehen müssten an die fünf waffenbündel sein wenn wir die hätten wären wir einen großen schritt weiter ich habe die waffen die er braucht du bist ein guter mann ich können wir hier gut brauchen da schon mal viel wert jetzt will ich aber eben dein bett benutzen mit endlich mal wieder hell ist gut wir haben schon mal die rebellen gefunden der die stadt untergräbt hier sich total gut dann haben wir das auf jeden fall sich du hast noch zu tun ich bin mir sicher du hast noch zu tun so jetzt muss ich mich erst mal eben kurz wieder zurecht finden also was haben wir denn jetzt wie viel aufträge haben wir denn jetzt gleichzeitig ist ja krass ein grumpel komme ich jetzt mit sicherheit noch nicht ran vermute ich ganz grob doch da ist so alte truhe die will ich auch haben ich kenne ich bin dir bereits begegnet nicht dass ich wüsste in meinen träumen doch gott du wirst allein und hast gekämpft du hast gut gekämpft viele feinde hast du getötet ich suche xalas dann hast du eine weite reise vor dir sein turm steht in nordmah weit im osten endlich haben wir mal den vorwand finden weit im norden im osten in nordmah im osten so was weißt du noch über mich deine zukunft ist unklar viele entscheidungen liegen vor dir du bist anders als die anderen morgens du bist wichtig geht's noch genauer deine geschichte ist noch nicht geschrieben deshalb kann ich sie auch nicht sehen wer ist hier der boss der große kriegs herr umbrack weit reichen die geschichten über seine helden taten wo finde ich diesen großen kriegsherrn sein thron steht im höchsten gebäude dieser stadt fremde was ist deine aufgabe hier ich diene unserem anführer mit meiner weisheit und weitsicht verstehe du bist dein berater lehre mich dein wissen ein moral der sich für das wissen der schamanen interessiert ich gebe zu das hat einen gewissen reiz gut ich werde dich unterrichten wenn umbrack unser großer feldherr dich empfängt wenn umbrack dich respektiert werde ich es auch tun verstehe zeig mir deine ware das war da interessant ist ein bisschen kohle haben wir ja letztes mal gemacht krankheiten da kommt warum nicht es schadet ja nicht feuerpfeiler haben wir schon ich bin am überlegen ob wir nicht da mal ein bisschen geld investieren und die bären finden wir halt immer in großen mengen und wir nehmen mal bären goldausgleich tauschen schließen was und welche müssten tisch hier nur hat er nicht hier steht was über alchemie alchemie plus check alles klar jetzt muss ich natürlich den ort töten der einfach nur freundlich ist gesundheit na gut wir sprechen uns wieder da macht es ja sind den jetzt noch nicht zu töten sondern erst wenn wir ich bin neu hier das sehe ich und weiter ich will zu eurem anführer der zugang wird nur demjenigen gewährt der genug ansehen in der stadt genießt wie komme ich zu ansehen in der stadt ganz einfach macht dich nützlich es gibt genug arbeit hier eine sache brauchen wir ganz besonders verstärkung verstärkung schau dich doch mal um hier gibt es doch fast nur menschen und kaum ein ort der nicht völlig überfordert wäre was wäre wenn ich euch helfe du du bist ein morrer genau wie die meisten anderen hier wenn du bei der verteidigung der stadt helfen willst solltest du dich erst noch im kampf üben ich kann dir zeigen wie du deine kampfkraft verbesser ist aber ihr morras alleine seid einfach zu schwach wir brauchen mehr angst wir haben höchstens verwendung für einen schmied hier und besorgt uns einen schmied jetzt auch wieder ein schmied her ich glaube ich wüsste einen war bei den holzländer den wir in der stadt getroffen oder vor der stadt getroffen haben nicht ein schmied dabei wir können ja mal fragen gleich will er ja wo werden orcs am dringendsten gebraucht wir brauchen wachposten hier innerhalb der stadt wenn wir nicht aufpassen werden wir am ende noch von den rebellen überrannt alles klar da kümmere ich mich jetzt gerade mal zuerst um weil wir hatten doch letzte mal ein da fehlt noch die die helle bade oder war das nicht der typ der gepennt hat das bin ich eigentlich so weit weg so noch schlimmer oder war das einer von denen hier ich weiß man ich weiß den top braucht mehr wachen in der stadt ich gehe melde das denn das verstanden oder schon mal gut dann haben wir das schon mal erledigt ich kann mir bald gar nicht mehr merken welche aufträge wie alle angenommen dann haben wir das schon mal erledigt ja das hatten wir doch schon dank bleibt ab jetzt in der stadt sehr gut kleiner rufen sind wir auf 52 nein wir wissen nicht ob wir vertrauen können aber es 75 müssen auch das können wir ja schon wo finde ich ein schmied für diese stadt gehe rum und fragt die orcs es muss doch einer dabei sein der etwas von der schmiede kunst verstehen da haben wir direkt den nächsten für den haben wir doch den hammer wieder gesucht sehr schön das ist ja easy hier wenn wir den nur wieder finden ist die frage der war der war vor der mühle habe ich mit dir schon geredet zu viele leute viel zu viele leute hier warst du das nicht mein jung nein du bist krieger du sieben braucht ein schmied in der stadt sehr gut endlich arbeit dann sitze ich ja wenigstens nicht mehr nutzlos herum wenn du interessern schmieden hast versuch mich ruhig in der schmiede kleiner mache ich dann werde ich mich mal auf den weg machen ist um nächster aufteil erledigt sehr gut hier in der mühle sollen mindestens fünf waffenbündel rumliegen nämlich das war aber nur eine mir sehe ich ja war nicht er doch gerade gesagt dass im münchen fünf hier geht es auf jeden fall nicht weiter ich schaue gerade oben noch mal oder liegt die hinteren warten 3 naja immerhin drei wir hatten ja auch genug im inventar da war ja schon einmal den auftrag mit den waffenbündeln nicht erledigt haben ja mehr sehe ich hier aber nicht da oben drauf noch irgendwas hier noch da noch irgendwann umlaufen also mehr ist nicht zu sehen ja gut dann haben wir den auftrag erledigt der schmied ist auch in der stadt voll gut ist das schön wenn sich das alles mehr oder weniger von selber abarbeitet und wir das in der richtigen reihenfolge spiel das ist alles viel wert einmal wieder zurück dann ist das mit dem schmied auch erledigt der bringt uns dann auch noch schmieden weil ich finde ich auch so bei heute ja ja kennen wir schon ihr habt jetzt einen neuen schmied sein namen ist kadok na endlich warum hat das so lange gedauert hier hast dein lohnbauer wir wissen nicht da wirst du mich im kampf unterrichten ich habe damit was ganz schönes schwert meister werden wir auf jeden fall machen aber ist noch zu weit weg große waffen will ich nicht schwere armbrust also momentan noch nicht ich würde sagen dass wir als nächstes die bogenskills noch ein bisschen erhöht verstehe wer hat hier das sagen wo finde ich dein herrn um praktisch dem großen haus was gibt es über den herrn zu wissen die schamane krompel er kann es dir sagen du bist nicht gerade eine leuchte oder schon gut ja ja ich lasse ihn mal alles gut so jetzt muss ich gerade noch mal eben gucken was wir alles für aufträge haben fischer stand den suchen wir mal als nächstes da sind wir doch hier gerade irgendwie in der richtigen ecke nein temi fischer mit dir noch was achso ich habe eure fischwässer ausgeliefert in nos sei dank dann müssen wir das nicht mehr machen ja du siehst total im stress aus junge hier hast du ein wenig gold für deine arbeit zeig mir das dem habe ich auf jeden fall schon einiges abgekauft brauchen wir nicht danke tschüss so wo bist du seltener noch seltener seltener noch seltener noch seltener wo ist da hallo fischer der ist tatsächlich doch denn das ist ja wirklich ich habe hier ein paket für dich mhm waldbären von boden herrlich seit die augs die wachen verdoppelt haben war ich nicht mehr bei ihm besten dank dem kurier hier nehmen okay haben wir den nächsten auftrag erledigt so läuft statt hier so was haben wir noch wieso kann ich das nicht komplett lesen in der gläsele sklavenfrei immer gesucht eine helle bade ich habe keine ahnung wo die ist echt ja da müssen wir einmal im inneren kreis kommen können wir noch nicht steigert an ansehen türen mal ein kompel ich würde sagen wir laufen außen mal ein bisschen rum ist es soll ja eben also wenn hier war irgendwann außerhalb der stadt ist immer enorm ich würde sagen wir rennen im norden mal ein bisschen rum vielleicht finden wir die sklaven vielleicht können wir die zu dem zu dem bruder bringen damit zu frei sind ich werde sie nicht in der stadt bringen soll jetzt muss ich ja mal hier sind wir doch schon voll viel rum gelatscht steinkreis im norden da kriegen wir ja vielleicht den teleporter stein ist er jetzt gerade nicht ganz unnütz mal draußen und wieder zurückfahren können wir uns einfach teleportieren da liegt er sehr schön wen sucht hier teleporter stein von sind hier sammeln sehr schön jetzt ist die frage wie norden meint die weil im norden das ist ja dieses ganze flache gelände mit den jägern da fand er überall schon da bin ich mir sicher wir speichern ab ich schaue gerade auf die uhr wir haben nur einiges vor uns gerade mal erst die hälfte geschafft für diese aufnahme meine ich erst noch mal ein paar tunen machen hier haben wir doch schon überall aber schon alles durchsucht zwei meter weiter zwei tun die wir noch nicht geöffnet haben nashörnchen noch ein nashörnchen und wildschweine die lassen wir mal in ruhe genauso wie die bisons die ich auch gerne mal buffels nenne wo ist der sound wieder ganz schlimm also die wasserfälle sind vom sound her bescheiden uns aufnahme ist da kann ich mich nicht beschweren warum läufst du so langsam warum bist du schon wieder so weit weg so so will ich das haben wir wollen dich auch sehen mein freund bei dekse endlich mal gegner gegen die ich auch ankommen wir müssen hier von dem wasserfall weg das ist ja schlimm alexa stopp was habe ich gesagt dass alexa los labert ist ja bescheuert hier haben wir noch ein bisschen was abzuarbeiten sehr schön ja kommt ruhig alle gespeichert haben war tut mir leid mir ist zwei minuten später das spiel ausgegangen jetzt muss ich habe hier leider noch mal beginnen wir sind hier um ecke gerannt habe ich noch gesagt hier in dem gebiet waren wir ja überall schon und das erste was ich finde sind drei meter weiter zwei tun die wir noch nie geöffnet haben da ist nichts mehr zu holen alles klar so ab und zu wieder gucken da mein maus zeiger in der mitte ist das war nämlich gerade wie das hauptproblem auch hatte also das geschichte da haben wir nach zwei stück und zwei bildschwein ist sehr schön kommt mal her stich schlag auf schlag und auch schlau 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 ja ist eigentlich so einfach nur für mich da haben wir noch mal locker an dresden einmal im kreis versuch dann normal und dann geht's abgebrochen da machen wir jetzt nicht nur mit so braun und jetzt ja nämlich danke können wir sicherlich alles mal gebrauchen es ist nicht das nördliche gebiet ich weiß aber wenn hier erfahrungspunkte um rennen werden wir sind nicht stehen lassen darin non-löcker zwischen der maus schon wieder ein bildschirmrand gewesen aber alles gut wir sind eine menge lörker und weiter heute die halte kummer wie viel lörker hier sind okay die erfahrung nehmen wir einfach mit die schaffen wir ja doch eigentlich ganz gut dich auch noch hinter uns ist direkt der nächste kandidat hallo nicht weg gehen her kommen ich lute schon mal dein kumpel hier der maus in der mitte was ist los mit ihm ich höre aber schon wieder wölfe das finde ich jetzt wieder nicht lustig nein 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 ich habe doch noch mein schwert nicht in der hand mein schwert doch noch nicht so so wäre es richtig ach gucke da hinter uns direkt wölfe sehr schön ich habe sie schon gesehen aber da war noch ein lörker den will ich jetzt auch noch haben es klingt nach vielen wölfen das gefällt mir schon wieder überhaupt nicht hallo nicht abbiegen wenn ich mit einem pfeil schieße das war er wollte gerade zu hauen haben bei ihm nicht gegönnt das ist kein wolf das ist ein waag normaler bogen okay normaler bogen ist jetzt nicht so der shit da ist nichts mehr zu holen ok lörker haben wir alle gelootet ich probier's ich meine wir sind im spiel schon recht weit fortgeschritten sind es denn nur zwei oder sind es mehr es sind sogar viele mehr sehe ich gerade im ländergrund ok hat gut geklappt noch näher nö 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 also zwei war jetzt glück dass wir das hingekriegt haben wir kennen die viecher wenn die ein einmal blöd erwischen dann ist man tot ich spreche ab sehr schön es sind wieder zwei wir hatten jetzt echt glücklich wilden ein wir waren es nicht weiß ob man kriegt ja nicht mal ein wagen fällt das enttäuscht mich sowieso zutiefst muss ich sagen wenn ich den wagen töte will ich im wagen fällt und kein wolfsfeld da ist noch einer aber es ist noch einer und ihn um bevor es merkt man kriegt wirklich im wolfsfeld bei einem wagen das ist so eine frechheit einfach wie viele viecher rennen von euch hier um nein 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 und du auch wo ihr liegt alles schon es läuft es läuft leute das war aber jetzt mehr glück als verstand so wildschwein wildschwein ich habe getroffen zwei wildschweine das weiß auch ich glaube wildschweine gehen schlitz 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 nein hör auf nach hinten zu mir ich hasse das komm jetzt her ihr könnt nicht auf ein zugelrand kommen und wenn man dann sich verteidigt vor einem weg gehen das ist nicht in ordnung sie geben halt richtig xp aber wir haben noch 30 leeren punkte die frage ist in welchem wald muss ich denn jetzt gucken wir sind jetzt oben bei den jägern schon die haben doch immer vom wald geredet die haben noch nicht von ebene im norden das ist jetzt wirklich das ganze gebirge abrennen hier ach komm wir gehen ein bisschen weniger gelaber in der stadt müsste mir aber von mir ertragen blutfliege kommen wir auch gegen an kein problem sage ich immer so lang salopp so heißt es wildschwein wildschwein okay kommt zu mir ganz viele blutfliegen wo kommt ihr denn plötzlich alle her die hatte ich gar nicht vorgestellt wo ist mein leben alles gut mein leben ist okay nein mein leben ist nicht okay trinkt trinkt das war das leben vom wildschwein wo ich gedacht habe mein leben ist okay er kommt wir könnten tatsächlich viel haben wir denn davon gegen gift 12 ja nun nimm es dann ist doch auch gut da noch einen von dann ist ein leben wieder voll und alles ist gut das haben wir gut geschafft damit habe ich nicht gerechnet muss ich zugeben dann haben wir hier so ein rennen eine blutfliege ich schieße mal drauf dann sieht man vielleicht auch mal wenn mehrere kommen hallo hör auf dich da in den blättern zu verstecken stich die lassen sich nicht stecken die wollen das einfach nicht da haben wir doch ein feuerchen und verdreht also rum sklava aus selben guck mal da haben wir die schon mal gefunden das problem ist ich hätte gerne vorher die anderen gefunden wo ich sie hinbringen muss ich bring dich hier weg hier oben hast du keine überlebenschancen hast du eine bessere idee noch nicht abgebrochen muss ich die denn hinbringen geil erz rohling boom das sind gute tun im wald alter ihr habt die erz rohlinge in tun da könnt ihr doch ein paar euros mit machen so jetzt muss ich kurz auf im map gucken dass ich die auch wieder finde map gott alles klar wenn ich jetzt genau richtung norden gucke so sehr genau richtung norden map ok merkt euch genau diesen punkt das ist wirklich gerade über silben vielleicht einen kleinen tacken weiter links direkt am rand des spiels hier müssen wir auf jeden fall noch meinen ich will die jetzt nicht mitnehmen die verrecken uns 100 pro ich muss jetzt nur den standort finden wo ich die hinbringen kann und dann hol ich sie verrissen du wildschwein du sollte ich mal nicht gleich wild werde hier der hier möchte doch erschossen werden er ist auf jeden fall macht auf jeden fall fair play muss man sagen ich treffe noch nicht weil ich so blöd bin das gibt es doch nicht jetzt aber jetzt einmal komplett spannend so jetzt also headshot ins knie dich kriegen wir auch war ich in derzeit ein kumpel der sie mein schwert komme ich zu dir so guck mal die tiere sind ganz in ordnung hier im wald da kann man echt nicht mecker aber schon mal gut dafür die sklaven gefunden haben das waren die sklaven ja das hört sich aber nicht nach einem wildschwein an sondern eher nach einem schattenläufer boah weggeholzt schafft ihr das wildschwein oder braucht die hilfe alter mit einer bloßen hand meint er elend ist drecksvieh danke ich habe es okay hier darf mich jeder nennen wie er möchte da so ich das sagen es hätte sich nach etwas größeren an als wildschwein dich habe ich gerade gehört das sind ein paar mehr das sind mehr das sind viele mehr alter was haltet ihr aus plötzlich hatte bevor wir weiter kämpfen muss ersten schluck nehmen und eigentlich müsste ich mich noch mal heilen vorher hier diese ich weiß nicht was hilft mir dagegen meiner aussah ist doch schon wieder für den arsch leute und ich sollte los denkst du kämpfst du eben gegen so einen kleinen muss ich auch krankheit heilen oder krankheit näher diesmal ist krankheit genau geht ab links ein ripper sie ist im hintergrund und zwei noch einmal stehen drei hinter dir damit habe ich nicht gerechnet muss ich zu mir aber geschafft haben wir es trotzdem also nörgeln im hohen niveau wie immer man kennt mich jetzt sind wir aber auch schon übelst weit oben oder da steht eine fette ruine und tun metall truhe okay normaler bogen den jagdbogen diesmal wir bessern uns ohne normale truhe okay ja ist in ordnung kann nicht mehr leben so und jetzt wo finde ich denn die anderen jungs hat ist doch ein krokodil und da haben wir noch ein krokodil oder zum alligator und da kommt sogar noch einzeln nicht ein einzelner mann bitte und ich fange jetzt meine ganze schwimmen dann steckt das schwert weg dort wird total hoch so hohes fleisch krokodilleder wo sagt alter du bist aber gut getarnt alles klar haben wir so eine stabile metall truhe schutzring der magie schutzverfolger eis war energie blitz beschwören der beschwörer ruft die mächtige natur und seine feinde zu erschlagen schon wieder ein erz rohling also hier ist halt typisch gossip deswegen finde ich auch so geil auch wenn du dich nicht auf den wegen aufhält sondern einfach mal abseits der wege gehst in irgendwelchen ecken immer voll der krasse wo kommst du denn noch her da da muss mir gleich mal wieder heilen habe ich schon wieder aus den augen verloren ein bisschen so geheilt sind vor wir könnten auch zwischendurch mal wieder so ein kleines fleisch zu denken nicht hat uns sehr hunger über mannt das wollen wir ja auch nicht was war es eine pflanze dachte hier rinnt wieder ein hase rum oder ähnliches sklave aus sylden ne das waren wir ja gerade okay dann suchen wir erst die anderen also wir sind anscheinend im richtigen wald aber der wald ist halt auch riesig aber wir kennen es es gehört dazu wir machen auch gleich feierabend für diese folge tatsächlich wir haben wir das glück dass wir vorher noch was finden was interessantes 23 minuten noch dann sind wir erst mal genug umgerannt ersten kleineren aufträge haben wir schon wieder erledigt jetzt ist halt wieder so eine kleine langwierige durchstrecke hier im wald alter wird eine truhen hier wer schlörte in so riesen tun im wald jetzt mal ehrlich okay hatten wir nicht letztes mal gescharfer pfeil hergestellt fällt mir gerade ein haben wir doch oder klingen bolzen pfeil lass uns noch mal scharfe pfeile nehmen dann war 172 von zwei und dann die neuen als klar nein hier sind noch mehr auch gott leute danke für deine antwort okay auch ziemlich am rand ne die hatten wir gerade leute wir müssen daran denken weil die tour habe ich auch leer gemacht hier auch alles klar hier sind sklaven da vorne sind noch mal drei ja wohl war jetzt muss ich na super jetzt muss ich mit zwei orte mehr gut dass ich heute ein paar aufnahmen mehr mache ich hoffe dass ich das alles in einzeln kriege nein noch mehr islam zumindest einer du bist alleine hier oder mein freund ja auf jeden fall haben wir diesen bösen wald oder die gegend hier in der nähe der sklaven auf jeden fall schon mal aufgeräumt dass wenn wir sie mitnehmen nicht so viele drauf gehen es kämpfen schon eigentlich einfach mal so um wohnung okay wenn wir die einen finden ist eins noch mal weiter links hat andere noch mal weiter rechts das ist jetzt nicht so schwer auseinander zu halten finde ich jetzt müssen wir nur noch den ort finden wo wir ihn bringen müssen so aber auch aufgeräumt sehr schön so eine schöne kleine waldschlägerei noch mehr von euch sind schon wieder ein paar mehr sind schon wieder ein paar mehr aber es läuft gut wir haben eine richtig gute war wir haben gut gelevelt das passt alle schon wohl zusammen ne ich wollte gerade gerade kurz überlegt ob ich auf den wiesern schieße aber dann sind gleich wieder alle böse auf uns und die verzeihen einem das ja nicht also sie vergessen ist nicht so wollte ich sagen die sind da eine lange zeit auf einen böse das haben wir ja nun mal schon festgestellt sind wir wieder in der oberen jägerhütte ja wenn wir schon mal hier sind nutzen es als doch einfach noch mal für unsere fälle und was über die jagd nein zeigt eine ware nix neues scharf ausweilen haben wir schon bringen was ich leveln jetzt noch einmal ja geschickt weiter so ja noch mal wir können ja mal so umgang mit dem umgang mit dem bogen verbessern geil muss schnell sein aber bleibt trotzdem ruhig wenn du brauchst eine ruhige hand und ein gutes auge sonst verschwendest du nur deine pfeile ja das kenne ich das problem ist mir schon oft passiert aber danke für deine hilfe super lieb von da ihr seid so nett da ist nicht danke ich freue mich immer wieder dass ihr mir helft wo muss ich die denn jetzt hinbringen die skalaven also die sind alle da oben ist ja nicht das problem noch mal nachgucken stand irgendwie detail im detail im detail beschrieben drinnen rettet die sklaven aus in der wind ist also ja ja genau nein wer fühlt euch jungs mit meinen bruder anock herzlich mit den leuten in den wäldern verstand wow super beschrieben super in den wäldern umsilden wir sind ja noch umsilden ja ja super das kann doch überall sein wir gehen noch mal ein bisschen in die richtung du haben wir leer gemacht schau an ich schaue mal gerade auf die uhr also bis an waldrand renne ich mit euch jetzt noch an und dann muss ich leider die folge wenn sonst wieder viel zu lang erfahrungspunkte 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 da müssen eigentlich mal nachgucken wo kann ich sehen da also schwertkämpfer sind wir schon weiter bogen haben wir schon weiter schildparade haben wir schon mehr wir können schon alles mögliche jagen finde ich auch total gut erz haben war schwere schlösser öffnen müssen wir noch lernen springfeil um den giffeil würde ich noch ganz gerne lernen waffe vergiften wäre auch nicht schlecht das würde ich auch gerne lernen und wir sind noch immer ziemlich am anfang muss ich sagen es hört sich an wie ein wildschweiz nennen ripper kommen wir probieren neue bogenskills und scharfe feile ich habe jetzt gehofft der zieht die hälfte weg also selbst beim headshot nicht obwohl ripper auch echt rüber aushalten muss man ja sagen du warst noch nicht fertig da war ich wieder etwas übermütig wurde muss ich sagen ich war mir sicher der schlag würde sitzen und das wird schon mal schwer weg stecken bloß nicht warten bis der kampf wirklich beendet ist noch ein rüber und jede menge pflanzen hier ja los die machen wir noch weg die reihe wieder und meine ausdauer steigt mich also selbst mit einem ausdauertrank kriegt man sich aufgefüllt ok wo seid ihr meine freunde ja aber ich sage ich habe euch doch gehört dreh ruhig durch kein problem bist du hier noch ein paar schläger nein jetzt müssen wir schon wieder vorsichtig sein fast noch gestorben hier kurz am ende das ist ja frech so ein bisschen fleisch gesnackt fleisch gesnackt hat er wieder eine folge geschafft ohne zu sterben auch wenn es ein paar mal ganz schön knapp war muss ich sagen ich habe eben eine krankheit das ist auch wieder vernünftig ist zur nächsten folge geheilt den rippa looten rippa looten ok dann schauen wir uns in dem gebiet noch ein bisschen um ich kann mir nicht vorstellen dass man die sklaven so übelst weit durch die welt schlören muss um die zu befreien aber ich denke wir werden in der nächsten folge werden wir uns hier in dem wasserfallgebiet noch mal ein bisschen umgucken so ein bisschen schauen wir uns die gegend auch an hoffen dass wir den im ima 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 dieser inok gleicher nein gar nicht war anok anok der bruder von inok sehr einfach alles klar ich danke euch auf jeden fall bis zu sehen bis zur nächsten folge